Das ist ein seltener Anblick, Frauke Ludowig mit ihren beiden Töchtern. Die Moderatorin hat nicht nur im Beruf Erfolg, auch privat könnte es für die 59-Jährige nicht besser laufen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kai Röffen hat Frauke zwei Töchter. Bislang hat sie ihre Kinder größtenteils aus dem Rampenlicht rausgehalten, doch mittlerweile tritt die 20-jährige Nele als Reporterin in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Aber auch die zwei Jahre jüngere Schwester Nika traut sich so langsam in die Öffentlichkeit. Das Dreiergespann genießt bis vor kurzem seinen Urlaub in Paris. Natürlich wurden die Fans mit coolen Instagram-Postings versorgt, vor allem die Outfits der hübschen Schwestern fallen ins Auge. Ob sie sich den Style von ihrer berühmten Mama abgeschaut haben? Elegant in Paris, sportlich in New York oder luftig im Urlaub, Nika ist in Reiselaune. Dabei versorgt sie ihre Follower mit vielen schönen Aufnahmen. Auch von ihr selbst sind einige Schnappschüsse dabei, die die Gene ihrer Mutter widerspiegeln. Ihre Leidenschaft für Konzerte, Reisen und Fashion teilt Fraukes jüngste Tochter am liebsten mit ihrer Familie und ihren Freunden. Eins steht fest, auch in der Zukunft wollen wir mehr von dem trendigen Mama-Tochter-Gespann sehen.